Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Nun, nach den ganzen HiFi-Videos aus München, gibt es endlich mal wieder ein bisschen Musik, Alben in Form von Schallplatten. Und es soll trotzdem vorrangig um Musikschallplatten gehen und eine CD, die was mit meinem Besuch der High End in München zu tun haben. Übrigens, wer die Videos nicht gesehen hat, meine drei Videos zur High End München, schaut doch gerne mal auf meinem Kanal. Wir hatten da am Samstagvormittag einen Podiumstalk zum Thema, ja, so die Zukunft. Und am Ende ging es darum, dass jeder mal so ein Album zeigt, das er aktuell gut findet und auf welchem Medium er das spielen würde. Bei mir war es natürlich die Schallplatte, klar. Ja, und ich hatte dieses gezeigt. Es handelt sich um das Album Knu High von Kenny Wheeler mit Keith Jarrett, Dave Holland und Jack the Jornet. Und zwar handelt es sich da um ein Jazzalbum von Anfang der 70er Jahre. Und das ist auf dem deutschen ECM-Label erschienen. Und es handelt sich hierbei um eine Neuauflage, eine Reissue von dem ECM-Label, die jetzt auch eine audiophile Reissue-Serie gestartet haben. Die nennt sich Luminescence Series. Und da gibt es jetzt, glaube ich, zwei Titel, unter anderem dieser. Und aufgrund der Empfehlung aus meinem Talk mit Sebastian Gala, der dieses Album auch ganz toll findet, habe ich gesagt, komm, schlag mal zu. Nicht nur wegen dem Album, sondern ich wollte auch unbedingt wissen, Mensch, wie sind denn diese Neuauflagen von ECM? Und ich muss euch hier wirklich sagen, kurz und knapp, spitze. Das Ganze ist sehr hochwertig gemacht hier. In dem Fall ein relativ festes Gatefold-Cover. Also ich würde sagen, nicht die dickste Qualität, aber etwas mehr als mitteldick. Aber sehr fest. Und das gefällt mir super gut. Wie gesagt, im Gatefold das Ganze als Tip-on-Jacket hier innen. Wunderbar. Ich zeige euch auch die Platte. Die Pressqualität, zumindest in meinem Fall, ist absolut super. Hier seht ihr mal das Ganze. Die Platte war plan, sauber, ist flüsterleise. Und die Klangqualität darauf ist auch sehr gut. Also ich muss euch sagen, und das habe ich auch in dem Talk gesagt, das Besondere an diesem Jazz-Album ist so eine Mischung für Einsteiger, der aber mal Lust auf ein bisschen Herausforderungen hat. Und deswegen wird das Album auch jemandem, der gerne schon ein bisschen weiter ist im Thema Jazz, nicht langweilig. Also ich finde es abwechslungsreich. Und ich finde, wahrscheinlich kommen viele mit dem Album zurecht. Und das Besondere klanglich ist auch, dass ich finde, dass die Instrumente sehr ausgeglichen darauf sind. Das bedeutet, dass so jedes Instrument hier gleichwertig rüberkommt. Ich habe es oft so, dass gewisse Instrumente sehr klanglich hervorstechen und manches so sehr auf dem einen oder anderen Album so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, kommt mich das manchmal vor. Und hier ist das nicht so. Jedes Instrument klingt hier wirklich spitze. Besonders auch das Piano. So, das klingt hier sehr frisch und luftig. Das macht mir so viel Spaß wie auf fast keinem Album das Piano. Ja, dementsprechend nicht nur eine Empfehlung, finde ich, die ich für dieses Album aussprechen muss, der was mit Jazz anfangen kann, sondern auch für diese neue Reissue-Serie, diese Audiophile von ECM. Wenn die Sachen alle so gemacht sind, dann wird das super. So, und dann war es ja so in München auf der High-End. Ich bin ja da rumgelaufen und ich dachte eigentlich, dass ich keine Zeit habe, für selbst nach Platten zu schauen. Vor allem die ersten zwei Tage, da war schon relativ Stress mit dabei. Und ich habe immer im Augenwinkel gesehen, oh, drei, vier, fünf Plattenstände sogar. Vor allem in der einen Halle. Und da war ich natürlich schon ein bisschen nervös. Naja, gegen Ende habe ich auf jeden Fall gedacht, komm, gehst du mal ran. Auch wenn der ein oder andere vor Ort zu mir gesagt hat, du brauchst gar nicht groß zu schauen. Die Preise sind da oft relativ hoch. Ich dachte, ich gehe mal gucken. Gelandet bin ich an einem Stand, der vorwiegend gebrauchte Japan-Pressungen hatte. Und ihr wisst ja, ich habe auch schon mal ein Video gemacht über japanische Pressungen. Auch das verlinke ich euch gerne mal hier, wer das noch nicht gesehen hat. Da habe ich allgemein mal ein bisschen erzählt, was die Sache ist mit Japan-Pressungen. Und ich dachte, komm, guckst mal, sieht interessant aus. Und da schaue ich so durch und war doch sehr überrascht. Es gab einen sortierten Bereich, in dem die Preise eigentlich auch noch relativ vernünftig waren, muss ich sagen. Und aus diesem Bereich habe ich mir diese Platte rausgezogen. Ein Foreigner-Album, das mir noch gefehlt hat. Das nennt sich Double Vision. Auch ein Knaller-Album von Foreigner. Wie gesagt, hat mir noch gefehlt. Hier in einer frühen japanischen Pressung. Schön original mit Obi. Ich würde sagen, auch wieder mittlere Qualität. Sehr fester, schwerer Karton. VG Plus mindestens. Und die Platte Nier Mint. Ich zeige euch auch die Platte. Nur, dass ihr das kurz gesehen habt. Das Label sieht so aus. Ich hole es kurz raus auf Atlantic. Hier das Label. Und klanglich muss ich sagen, solide. Also kann man nicht meckern. Bin ich wirklich zufrieden mit dem Klang. 12 Euro dafür bezahlt. Das finde ich vernünftig für eine japanische Pressung in der Qualität. Also hat mich gefreut. Dann habe ich da weiter so durchgeschaut. Und dachte, ach, ist zwar noch das ein oder andere Interessante dabei. Aber ist mir dann preislich doch too much im Moment. Und der hatte noch riesig viele Boxen vorne. So unsortiertes Material. Wo der auch gesagt hat, da garantiere ich nicht für die Qualität oder den Zustand. Das muss man selber prüfen. Also quasi eine riesige Anzahl von Grabbelkisten. Mir ist aufgefallen, dass da auch super viele originale Obis noch dran machen. Und da dachte ich, komm, guckst du mal, was da so drin ist. Was soll ich sagen? Habe ich auch noch drei Platten rausgezogen. Und top. Schaut mal. Ein Album von den Doobie Brothers, das ich super finde. Und das mir auch noch gefehlt hat. Living on the Fault Line. Ein mega cooles Cover, wie ich finde. Schaut mal da hin. Also irgendwie so für die damalige Zeit futuristisches Gebäude. Da so irgendwie an den Klippen am Meer gebaut. Finde ich echt cool, das Cover. Und es handelt sich dabei um die japanische Erstpressung von 1977. Auch relativ festes Cover. Gefällt mir sehr gut. Hier, das ist sogar so wie aufgeklebt. Und die Schrift, die kann man hier so fühlen. Das Obi in sehr gutem Zustand. Und dabei ein, wie gesagt, tolles Album. Wer die Doobie Brothers allgemein nicht kennt, hört da bitte mal rein. Wir sind da im Bereich so, ja, Rock, Klassik, Rock, aber auch irgendwie funky und groovy. Abwechslungsreiche Musik, ganz tolle Alben. Minute by Minute kann ich euch noch empfehlen. Oder The Captain and Me, auch ganz tolle Alben. Das gehört aber auch zu den guten, wie ich finde. Und ich zeige euch noch das Vinyl. Das ist auch VG Plus bis Near Mint. Also nach einmal waschen kann man das super hören. Klanglich hat es mich fast umgehauen. Also ich finde es fantastisch. Die klingt echte Spitze. Also man kann sich nicht beschweren. Ist auch nicht so. Also hier und da gibt es ja auch mal Japan-Pressungen, die vielleicht vom Bass so ein bisschen schwächer sind, sein sollen. Ist hier überhaupt nicht der Fall. Ist super gemacht. Ich habe 6 Euro dafür bezahlt. Das ist für mich ein absolutes Gebrauchtschnäppchen aus Japan mit dem originalen Obi. Macht mir tierisch Spaß. Super. Und das nächste, was ich da rausgezogen habe, ist auch ein Album, das ich mir mal holen wollte, wenn es mir gebraucht über den Weg läuft. Es handelt sich um Daryl Hall und John Oates mit dem Album Voices. Der ein oder andere kennt vielleicht das Cover. Das ist hier die japanische Pressung von 1980. Wir sind hier so im Bereich Pop-Rock. Und wenn euch das jetzt erstmal nichts sagt, hört euch mal den Song Kiss on My List an. Das kennt im Prinzip eigentlich jeder. Wir haben hier nochmal ein recht festes Cover. Also kann man mega zufrieden sein. Zustand auch VG+. Also wirklich. Und hier auch wieder diese Linien. Die kann man fühlen. Die sind hier so ein bisschen ausgestanzt. Also das ist echt schön gemacht. Das ist der, die Platte hat übrigens oben die Öffnung. Deswegen ist der Obi hier unten. Das ist der normale Obi. Und das rote hier drauf, das hat er mir gesagt, das waren wohl zusätzliche Obis sozusagen. In dem Fall wohl ein, entweder war es ein Hinweis darauf, dass irgendwelche Konzerte stattfinden oder dass da drauf gestanden hat, dass es die auf dem Konzert zu kaufen gab. Auch hier zeige ich euch noch das Vinyl. Kommt auf dem orangenen RCA. Vinyl, Nier Mint, nach dem Waschen auch keine Probleme. Alle gezeigten Platten planen. Übrigens alle gezeigten Platten planen. Dazu fällt mir noch was ein. Da muss ich mich doch schon wundern, wenn ich da so aus der Krabbelkiste Japan-Platten ziehe, die zwei-, dreimal um die Welt gegangen sind und teilweise über 40 Jahre alt sind. Die kommen hier pressplan, packe ich die hier aus, wenn ich höre, dass manche neuen Platten angeblich wellig auf dem Versand werden. Die eigentlich erst ein paar Tage oder Wochen alt sind. Und da soll dann der Versand an der Welligkeit schuld sein. Und hier gehen Dinger, keine Ahnung, zwei-, drei-, viermal vielleicht um die Welt, sind 40, 50 Jahre alt und sind Kerzen gerade. Naja, auch hier, top Sound, Leute, sage ich euch wirklich. Für die Art von Musik, Pop, Rock, holt mich total ab. Brauche ich keine andere Pressung. Klingt super, macht Spaß. Echt wieder begeistert. Wieder 6 Euro bezahlt, Leute. Was will man da sagen? Top. Und mein Highlight von diesen japanischen Pressungen zeige ich euch jetzt. Es handelt sich um Carly Simon oder Carly Simon. Und das Album ist No Secrets. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Wer hier wiederum nichts damit anfangen kann, hört mal den Track You're So Vain. Auch den kennt jeder. Das Ganze hier im Gatefold noch mal. Schweres, festes Cover. Mega. Also alle vier Japan-Pressungen richtig schwere, feste Cover. So macht das Spaß. Wieder mit Obi. Wieder so ein Zusatz-Obi dran. So nach dem Motto, hier auf ein Konzert oder Konzert-Reklame, sowas in der Richtung muss das wohl sein. Auch das würde ich so im Bereich Pop-Rock, ja, bisschen ruhiger, ja, immer schwierig, so in die Richtung irgendwie ansiedeln. Und das ist eine japanische Pressung von 1973 in diesem Fall. Da ist das Album, glaube ich, auch rausgekommen. Ich zeige euch auch in diesem Fall das Label. Das ist Elektra mit dem schönen Schmetterling drauf. Absolut Near Mint, die Platte. Und das Gatefold hier wieder VG, VG+. VG+, würde ich sagen, hier so ein bisschen lose der Obi. Aber das macht gar nichts. Ich lege das Ding auf und da hat es mir fast die Socken ausgezogen. Muss ich euch ganz, ganz wirklich sagen. Also ich war selten von so günstigen, gebrauchten Platten so überrascht wie von diesen vier japanischen Pressungen. Ich weiß nicht, ob ich Glück hatte, ob es Zufall war. Aber die klangen ja alle gut. Aber die ist da die Krönung. Direkt der erste Song, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde fast sagen, das ist audiophile Qualität. Also das klingt so fantastisch. Das ist so sauber gepresst. Das ist so dynamisch. Da passiert so viel Schönes. Links, rechts, also stereomäßig. Also absolute Freude. Und wieder 6 Euro bezahlt. Da kann ich euch nichts mehr sagen. Und ich werde euch die Discogs-Links von allen gezeigten Platten unten in der Beschreibung verlinken. Ich habe auch bei dem einen oder anderen mal reingeschaut. Vielleicht ein paar Euro mehr, aber ihr müsst jetzt keine 20, 30 Euro für diese Version bezahlen. Also die kriegt man irgendwie in der Regel plus, minus um die 10 Euro. Also das ist wirklich, wirklich lohnenswert, das Ganze. Ja, das hat mich doch mal wieder gefreut. Und vor allem bei den, ja schon mehrfach gesagt, Preisen aktuell, wenn man da gebraucht, solche Zufallsfunde hat, die auch klanglich noch überzeugen, ist doch super. Und zum Schluss möchte ich euch noch eine CD zeigen. Und zwar hatte ich euch ja mal von Kanton die Referenz 1, äh, P, äh, Referenz-Check Volume 1 Schallplatte gezeigt. Und, ähm, da sind so, ja, Vorführmusik drauf, total durch die Genre gemixt. War klanglich sehr gut, die Platte, äh, diese Volume 1. Das einzige, was ich da bemängelt hatte damals, war, dass ich fand, dass es so ein bisschen Kanton-like, sehr basslastig war. Ja, und, ähm, es gibt jetzt eine Volume 2, noch nicht auf Vinyl, aber es gibt bereits die CD. Und, ähm, die habe ich in München von Kanton, äh, deswegen passt auch wieder zu München, ähm, mitbekommen. Ich habe auch schon reingehört. Und, ähm, cool finde ich hier, das wird dann bei der Platte auch dabei sein, ist so ein bisschen diese, ähm, 50 Jahre Jubiläumsgeschichte von Kanton, ist hier, äh, übrigens, äh, Kanton bezahlt mich nicht dafür, dass ich euch, äh, diese CDs zeige. Ich fand es einfach ganz gut, und deswegen wollte ich es euch, äh, zeigen. Ähm, hier so ein bisschen die Geschichte drin, finde ich ganz gut gemacht. Hier die CD, und es sind zwölf Tracks drauf, und ich muss sagen, klingen wirklich super. Äh, hier nicht so krass basslastig, was ich gut finde, dieses Mal. Ähm, von der Musikauswahl fand ich die Volume 1 besser, also so im Ganzen. Aber hier gefällt mir, gefällt mir die ersten paar Songs sehr, sehr gut. Gut, dann kommen viele Sachen, die nicht so meinen Geschmack sind, aber auch trotzdem interessant und klanglich was Feines. Und, ähm, das Gute daran ist, da sind auch keine so irgendwie so, äh, Standards drauf, die man sowieso schon kennt, sondern es sind wirklich ein bisschen unbekanntere, besondere Tracks drauf, die, ähm, echt Spaß machen. Ja, also mal gucken, ob ich da noch irgendwie an die Schaltplatte rankomme, und wenn es soweit ist, würde ich dann auch definitiv gerne mal vergleichen. Ja, das war's, ähm, erst mal. Noch zur Information, äh, es wird bald eine HiFi-Tour bei jemandem zu Hause geben, da freue ich mich besonders drauf. Und, ähm, ich muss auch bald direkt nochmal neue Schallplatten hinterher, äh, schieben im Video, weil ich hab noch ein bisschen was hier liegen. Und ich möchte euch auch unbedingt ein paar, ähm, CDs zeigen, die ich mir jetzt kürzlich geholt habe, auch im gebrauchten Bereich. Also, äh, bleibt dran, seid gespannt. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, dann. Bis dann, dann. Bis dann. Bis dann.